Musik Your kingdom come, dein Reich komme. Herr, lass dein Willen auf dieser Erde geschehen. Seid alle herzlich gegrüßt zu diesem Kaffee heute. Thema ist, wie kann ich einen missionarischen Lebensstil einüben? Ich möchte zuerst eine Geschichte erzählen aus dem Neuen Testament. Und da heißt es, und als Jesus ausstieg aus dem Boot, sei er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Jesus begegnet Menschen. Und es entwickelt sich Erbarmen in ihm. Aus dem Griechischen heraus heißt dieses Erbarmen, Jesus stieg aus dem Boot und die Not der Menschen bewegte ihn in einer Weise, dass sich sein Magen umdrehte. Also, dass er von innen her ergriffen war. Dass sein ganzes Sein fokussiert war auf diese Not, die er erkannte. Ergriffen zu sein, Empathie zuzulassen, dass der Heilige Geist uns die Nöte des Nächsten groß macht und wir sogar Magenprobleme haben, ist ein Weg, wie Gott uns führt, damit wir ihn bezeugen können. Was ist ein missionarischer Lebensstil oder ein missionarer Lebensstil? Ein missionarer Lebensstil ist ein Lebensstil, der weiß, Gottes Absicht ist es, jedem Menschen zu begegnen. Und nicht nur das. Er will, dass jeder Mensch in seinem Leben erlebt, dass es ihm besser geht. Das ultimative Ziel durch das Wirken des Heiligen Geistes ist, dass jeder Mensch erkennt, dass der Vater im Himmel Jesus gesandt hat, dass er gestorben und auferstanden ist zur Vergebung unserer Sünden und seinem neuen Leben. Aber die Verkündigung beinhaltet nicht primär, Jesus ist gestorben und auferstanden, sondern sie bedeutet heute primär, Gott nimmt dich wahr. Und er nimmt dich wahr, indem er mich berührt mit deiner Not. Und ich gehe persönlich in deine Not hinein oder in deine Fragen. Ich gebe euch ein Beispiel, das ist unverfänglich. Vor einigen Wochen war ich mit Freunden von uns. Steak Essen in Berlin. Ich liebe es ab und zu ins Maredo zu gehen, das ist nicht allzu teuer. Fleisch ist guten Farms, Salad Bar ist ausgezeichnet. Und für die Werbung werde ich nicht bezahlt. Auf jeden Fall waren wir eine Stunde zu früh. Ich hatte da irgendwas durcheinandergebracht und die Serviererin war da und wir kamen gleich ins Gespräch und dann tranken wir was. Und die Freunde kamen, wir haben gegessen, waren drei Stunden da. Und als es gegen zu Ende kam, fragte ich Jesus, was soll ich? Und innerlich empfinde ich, sag ihr nichts von mir. Okay, wenn ich das empfinde, mache ich das. Ich habe sie gerufen, die Rechnung verlangt, das Empfinden großzügig ist, Trinkgeld zu geben. Gebe ihr das und sage ihr dann, übrigens, ich möchte Ihnen sagen, Sie haben Ihre Sache hervorragend gemacht. Nähe, Distanz, perfekt. Aufmerksamkeit und wie Sie mit uns umgehen. Und Sie sind einfach spitze. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe eine Connection, die ist, davon würden Sie träumen, von dieser Connection, von dieser Beziehung. Ich werde es dieser Person sagen, damit sie sich um sie kümmern kann. Ja? Die Augen haben geglänzt und die war begeistert und glücklich und hat sich dankend verabschiedet. Wir sind raus und ich habe gedacht, das ist es, was ein Lebensstil ist, der den Menschen Christus näher bringt. Nein. Es ist ja Christus, der sich zu erkennen geben möchte. Und was ich getan habe, war, ich habe ihn nicht zu erkennen gegeben, sondern ich habe ihr die Tür geöffnet, damit er kommen kann. Georgi, meine Frau, hat gleich ihren Namen verlangt, damit sie für sie beten kann. Und ich freue mich schon, wenn wir wieder mal in einigen Monaten ins Maredo unter den Linken in Berlin gehen und Jesus das vielleicht so führt, dass diese Frau da ist. Ein missionarischer, missionarer Lebensstil. Offenheit für den Heiligen Geist. Offenheit, den Nöten des Nächsten begegnen. Berührt zu sein von dem, was den Menschen das Gegenüber beschäftigt. Es geht nicht um meine Botschaft, es geht um diesen Menschen und sein Leben. Und wo wir das zu leben beginnen, dort entstehen Dinge, die die Türen zum Himmel öffnen. Ich wünsche dir ein gutes, erlebnisreiches Wochenende und eine kraftvolle kommende Woche.